Viel Spaß mit dem Bestoff von Tull. Ich hab mir nen Sensorball abgeworfen. Ich hab dir hier den Geheim, Cello und Abdi. Unter dir ist einer. Unter mir ist einer. Und der ist einfach gleich tot. Das Mädchen. Ich guck zu. I love you. Sorry. Guck mal was sie jetzt macht. Nein, nein, mach's nicht das Mädchen. Die kann nicht, die kann nicht machen. Und sie hat nen Diamanten getroffen. Ich sag's doch nur. Never waste your time on the hoe. Das tut mir so leid. Ich dachte, das bin eh schon. Das war auf jeden Fall schon wieder gut. Oh, Simon. Nein, no. Ja, die Gehle, Junge. Oh, ja. Geh, nein. Alter. Oh. Oh. Ich bin die dickste Wurst der Welt. Nicht auf die Druckplatten, nicht auf die Druckplatten. Warum nicht? Ich hab gehört, das fällt immer richtig auf. Egal, YOLO. YOLO. Ich... Ich weiß es auch nicht, Alter. Wenn ich mir dieses Video angucke, dann werde ich mich wahrscheinlich einfach nur zu Tode schämen und in mein Tagebuch schreiben, dass ich mich selber nicht mehr leiden kann. Du hast nen Penis... Oh. Oh. Na... Das ist genau das, warum ich das nicht mag! Hallo? Es hat einen Punkt gemacht. Ich find euch so süß alle. Was passiert? Ihr seid einfach die süßsten Menschen hier. Ich hab ein Lied geschehen für euch. Tadel ist süß, Dena ist süß, Stegi und Tim sind auch sehr süß. Wir alle sind süß, 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 süß. Stadtrot ist süß, süß, süß. Oh Junge, Junge, wow. Das war richtig gut, komm, da kannst du nichts sagen, das hab ich richtig gut gemacht. Das muss ich einfach... Das war so schlecht. Ach, schieb ihn selber rein, ist doch nett. Ja, von wegen, ich schiebe ihn selber rein. Nein, nein, er gewinnt, er gewinnt. Bei meinem anderen Boot. Ey, dieses Headband auf Valor, ne? Dieses Headband hier, weißt du was das macht? Nee. Wenn man nichts an hat. Und wenn man dann einfach die Faust nimmt, dann kann man richtig krasse Schläge machen. Was? Was? Das find ich richtig scheiße von dir. Du hattest keine Rüstung an. Ich hab doch gesagt, wenn man sich auszieht, das war mein erster Tod. Was ist passiert? Oh Mann, Stegi, ich hab doch keinen Tod. Ich hätte gedacht, ich krieg 50 Folgen ohne Tod hin. Jetzt kriegst du einen Tod wie du durch MC Expert. Was ist passiert? Hahaha, ein weißer Choco, wo der Haftbefehl heißt. Der Name ist echt ein bisschen einfallslos. Ich werd den mal umbenennen. Nennen wir ihn halt Baba-ha. Baba-ha. Und das steht für Baba-haft. Ist doch wunderschön, oder? Passt auch zu mir. Und den hab ich von Zombie bekommen. Zombie hat mir den geschenkt. Und das fand ich superschön, muss ich sagen. Einmal bitte weg das hier, danke. Zack, jetzt hab ich 3 Stück davon. Geil. Dann können wir ganz schöne Lampen aus Gas vorstellen. Ich hab übrigens in den letzten Folgen, glaube ich, nicht mehr diese Stimme benutzt. Bin fast stolz da drauf. Jetzt mach ich alles kaputt. Warte los. Lauf drauf. Wow. Ja! Jawoll! Ich hab ihn mit der Faust getötet, Alter. Hast du die Punkte gesehen? Ja. Haben sie zu zweit. Hey, da ist noch einer! Oh! Nein! Nein, ich bin fast tot! Nein! Nein! Er hat ein Steinschwert! Nein! Ich schenke deiner Leiche ein Steinschwert. Warte. Hier. Das macht mich traurig dafür. Hier, bitte. Nimm das Schwert. Weißt du, ich komm zu dir. Nimm. Nein. Let's Tuddle. Oh, ist das schade. Erinnern wir uns mal ans Megaprojekt, wenn du mit denen abfetzt wird die Gegend gespielt. Traitor, ich seh es dir an, dein fieses Grinsen. Ich bin da.